Ja, hallo liebe Freunde, jetzt hier nochmal ein schnelles Feedback. Ein Feedback zu dem Joghurt, was ich gemacht habe. Nach 5 Stunden war mein Joghurt immer noch flüssig. Ich denke mal, ich habe den falschen Joghurt genommen. Das war ja kein Naturjoghurt als solches, sondern einfach nur ein Joghurt. Vielleicht sollte man darauf achten, mit einem Joghurt, von Naturjoghurt zu nehmen. So, man kann natürlich das Ganze auch mit Joghurtkulturen machen, die man eben im Reformhaus zu kaufen bekommt oder aber auch in einem gut geführten Druckeriemarkt. Das kann man auch machen. Und dann wird alles so gemacht, wie ich es auch in dem Video gezeigt habe. Alles richtig gewesen, alles korrekt und wird dann natürlich auch was. Nach 5 Stunden sollte dieser allerdings dann auch fest sein. Dann lässt man ihn nochmal zum Abkühlen offen stehen, so für 1,5 bis 2 Stunden. Dann packt man das Ganze, wenn man das in Gläsern hat, für, naja, sage mal eine Stunde in den Kühlschrank, ohne Deckel. Nach einer Stunde ist es dann wirklich sowas und schön fest, dass man den Deckel auch rauf machen kann und dann hält es sich zumindest eben, bis es alle ist. Natürlich keine Wochen, ich sage mal jetzt keine Monate, aber Wochen vielleicht schon. So, und naja, Joghurt braucht man öfters mal entweder als Dressing oder man isst das so oder man packt da mal ein Müsli mit rein oder ein paar Früchte und dann ist das auch in Ordnung. Wenn ich nach Ostern, irgendwann, irgendwann nach Ostern, nicht sofort nach Ostern, wenn ich dann wieder ein bisschen mehr Zeit finde, ich habe jetzt hier auch einige Termine wahrzunehmen, dann werde ich das Ganze nochmal machen und werde euch das dann wirklich zeigen, wie es dann wirklich aussieht. Ja, auch mir passieren Fehler, ich bin nicht perfekt. Wer das von sich behauptet, der lügt. Ich bin also nicht perfekt und von daher ist es soweit okay und ich bitte es zu entschuldigen, dass es eben bei mir eben auch mal nicht geklappt hat. Was soll's, aber die Machart war richtig, macht es so, wie ich es gesagt habe, beziehungsweise die Milch, umso fetter die Milch, umso cremier wird auch der Joghurt, sollte eine Vollmilch sein. Noch besser, wenn ihr auf dem Land lebt, ich lebe nicht auf dem Land, ich lebe in der Großstadt, vielleicht vom Bauern die Milch holen und Naturjoghurt kann man ja beim Bauern auch holen, wie auch immer. Holt einen normalen Naturjoghurt und eine Vollmilch. Wenn das eine Vollmilch ist mit, ich sage mal 3,8, meine Milch war hier 3,5, dann solltet ihr ja gut auch in etwa diese Werte haben, mit 3,5, 3,8, wie auch immer. Dann kann auch nichts mehr passieren, seid ihr auf der sicheren Seite und es passt. So, jetzt könnt ihr natürlich das auch nachkochen, wie auch immer und ich wünsche euch dabei mehr Erfolg, als ich es hatte und wünsche euch dann guten Appetit. Ja, dann geht's halt.